Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1986. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich bin heute in Hof und ich warner euch gleich vorab. Ich weiß noch gar nicht, wie sentimental diese Ausgabe vom Nachtzug nach Hamburg vielleicht noch wird. Denn Hof spielt in meinem Leben eine kleine gewisse Rolle. Kennt ihr Hof? Jetzt teilt sich wahrscheinlich hier die Hörerschaft. Viele DDR-Bürger, ehemalige, kennen Hof. Viele Westbürger kennen Hof vielleicht nicht unbedingt. Es ist, nein, das klingt jetzt arrogant, wenn ich sagen würde, eine unbedeutende Stadt im Norden von Bayern. Hof selbst sagt von sich, in Bayern ganz oben. Klingt irgendwie viel netter, ne? Also Hof ist eine Stadt in Bayern ganz oben. Im ehemaligen Zonenrandgebiet liegt es also praktisch an der Grenze zur ehemaligen DDR. Und als solche, mit 50.000 Einwohnern übrigens ausgestattet, als solche war Hof natürlich auch die erste Anlaufstelle für die DDR-Bürger. Das erste Mal berühmt wurde Hof 1989. Wir erinnern uns vielleicht alle gemeinsam noch mal ganz kurz. Über Wochen sind immer mehr DDR-Bürger auf dem Gebiet der Tschechischen Republik, so hieß sie damals noch nicht, damals noch Tschechoslowakei, jedenfalls auf das Gelände der Prager Botschaft geflüchtet. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Szenen, wie Eltern ihre Kinder über den Zaun heben oder selbst mehr gezerrt und geschoben als geklettert sind. Jedenfalls führte das dazu, dass irgendwann viereinhalbtausend Menschen auf dem Gelände der Prager Botschaft der Bundesrepublik Deutschland zusammengesammelt werden. Teilweise unter fürchterlichen Bedingungen. Und die Bundesrepublik hat also lange mit der DDR verhandelt, um die Ausreise dieser Bürger möglich zu machen. Und zwar aus der Prager Botschaft in den Westen, um es mal ganz plakativ zu sagen. Und am 30. September 1989 war es dann soweit. 18.58 Uhr stellt sich Hans-Dietrich Genscher, damals Außenminister der Bundesrepublik, auf den Balkon der Prager Botschaft und spricht so sinngemäß die Worte, meine Damen und Herren, wir sind heute hier zu Ihnen gekommen, um Ihnen zu sagen, dass Ihre Ausreise, und dann hat man nicht mehr gehört, was der Genscher noch alles erzählt hat, denn die viereinhalbtausend Menschen oder zumindest ein großer Teil von denen jubelten, dass es nun möglich war, auszureisen. Aber die DDR hat sich natürlich eine kleine Gemeinheit eingebaut. Sie hat gesagt, um die Leute maximal zu demütigen, müssen sie aus der Prager Botschaft mit dem Zug über das Gelände, das Territorium der ehemaligen DDR noch einmal fahren, um dann schlussendlich in den Westen ausreisen zu können. Und was die DDR sich als Demütigungsgeste versprochen hat, hat sich natürlich rumgedreht. Viele DDR-Bürger standen entlang der Zugstrecke und haben denen zugejubelt, die nun in die Freiheit ausreisen konnten. Und nachdem die Menschen in dem Zug nun, natürlich nicht alle viereinhalbtausend auf einmal, sondern nach und nach in mehreren Zügen das Gelände oder das Territorium der DDR überquert hatten, war die erste Stadt in Freiheit Hof, also direkt an der Grenze gelegen. Und dort wollte ich nun heute gucken, ob man irgendeinen Hinweis darauf findet. Und es gibt ein Malenmal oder ein Denkmal oder ein Erinnerungsmal. Ich werde es gleich mal bei Instagram hochladen. Unter Nachzug nach Hamburg könnt ihr euch das dort direkt anschauen. Aber ich habe es nicht gefunden. Ich wusste auch noch nicht mal und ich wollte auch nicht googeln. Ich wollte es mit eigenen Augen sehen. Doch dann habe ich es irgendwie nicht gesehen und man kann es auch schnell übersehen. Jedenfalls bin ich in die Reiseauskunft der Deutschen Bahn gegangen. Im Bahnhof von Hof wollte ich in die Reiseauskunft gehen, aber die hat natürlich Corona-bedingt geschlossen. Es gibt aber eine Videoauskunft. Und das ist also eine kleine Kabine, in die geht man rein, drückt einen Knopf und bekommt eine Videoverbindung zu einem Bahnmitarbeiter hergestellt, der da alles Mögliche machen kann. Am Ende wahrscheinlich sogar Fahrkarten drucken, weil da war auch ein Drucker angeschlossen. Und es war wirklich cool gemacht. Ach, ich setze euch die Fotos auch gleich noch bei Instagram mit rein. Das solltet ihr euch angucken, wie letzten Endes die Bahn flexibel reagiert hat und die Reisezentrum digitalisiert und virtualisiert hat. Auf jeden Fall hat dann die nette Mitarbeiterin, die nicht in Hof, sondern in Schweinfurt sitzt, wie sie mir verraten hat, dann für mich die Erkenntnis gewonnen, dass es eben ein Denkmal gibt an die Stadt Hof, an die Ausreise der DDR-Bürger. Und sie hat es mir auf dem iPad in die Kamera gehalten, sodass ich sehen konnte, wie es aussieht, wonach ich überhaupt gucken musste. Ja, sind es Steine im Boden, sind es irgendwelche auffälligen Sachen? Nein, es sind drei Betonstelen, die praktisch auf der Bahnsteigseite auch noch stehen. Also ja, ich habe dadurch überhaupt erst, bin ich in die Lage versetzt worden, dieses Kunstwerk oder nein, dieses Denkmal zu sehen. Und da ich nun den ganzen Abend in Hof bin, habe ich mich dann auf meine eigene Spur von vor nun fast 32 Jahren gemacht. Ich bin damals nämlich, als die Grenzen öffneten, auch zuerst nach Hof gefahren. Das war nämlich die erste größere Stadt nach der Grenze und mit mir viele, viele tausend andere DDR-Bürger. Unter anderem Simis Großeltern waren in einem solchen Zug und Simis Opi hat sogar einen Herzinfarkt erlitten in diesem gestopftvollen Zug. Weil ja, alle wollten natürlich dann in den Westen, nachdem das möglich war. Ich habe mir noch bis zum 26. November 1989 Zeit gelassen. Also die Grenzen waren dann schon fast zwei Monate offen, weil ich das Gedränge nicht ertragen wollte und gedacht habe, nö, ich lasse mir einfach ein bisschen Zeit. Bin dann auch nach Hof gereist und bin in die Innenstadt gegangen und habe heute dann eben diesen Spaziergang nochmal versucht nachzuvollziehen. Mich auch versucht zu erinnern, aber man erkennt in Hof tatsächlich nichts wieder. 32 Jahre sind auch an Hof nicht spurlos vorbeigegangen. Ich würde mal sagen, Hof ist wieder so gut wie in der Bedeutungslosigkeit versunken. Da, wo es auch praktisch gewesen ist, bevor die deutsche Einheit kam, dann war es für etliche Wochen in den Schlagzeilen. Aber heute eher ein trauriges Bild, muss ich sagen, wenn man durch die Fußgängerzone läuft. Nicht nur Corona-bedingt ist natürlich eine Menge geschlossen. Es ist auch vieles generell geschlossen, das heißt sehr viel Leerstand, eine traurige Innenstadt, eine Mittelstadt. Also ja, ich war nicht ganz so happy. Was mich dann wieder ein bisschen glücklich gemacht hat, war, dass mein Hotel die Möglichkeit hatte, dass man im Restaurant speisen konnte. Darüber ist man ja im Corona-Zeitalter mittlerweile schon dankbar, wenn das mal wieder geht. Ich habe hier hervorragend gegessen im Hotel und mich dann auf mein Zimmer zurückgezogen, wo ich jetzt den Podcast produziere. Habt ihr eigentlich noch Erinnerung an die euphorischen Tage von vor fast 32 Jahren, als die Grenzen aufgingen und alle sich so gefreut haben? Hier in Hof haben Hoferinnen und Hofer einfach Flüchtlinge bei sich zu Hause aufgenommen, einfach als Geste der Gastfreundschaft. Da erinnern sich heute noch Menschen dran. Das war also wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit, so ein Aufbruchsgeist. Und jetzt wussten alle, die Zukunft, die kann nur noch leuchtend und schön werden. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber die Euphorie damals war schon ganz gewaltig. Und wenn ihr Erinnerungen an diese Zeit habt, dann würde es mich sehr freuen. Eine kleine E-Mail an nachtzug.email.de. Wie erinnert ihr euch an 1989? Auf beiden Seiten der Grenze. Ihr, die im Westen den Nachtzug nach Hamburg hört, die im Westen geboren seid, die plötzlich viele fremde Menschen im Aldi auftauchen sehen habt, die mit stinkenden Trabantstar angereist sind. Und natürlich auch ihr im Osten, die voller freudiger Erwartung sich in den Stau gestellt haben, um endlich mal in den echten Westen zu schauen, wie er denn nun wirklich ist. Wie gesagt, da freue ich mich jetzt sehr über eure Mitteilungen, denn das war es für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage Moin Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und dann hören wir uns vielleicht schon morgen wieder. Euer Raiko. Euer Raiko. Untertitelung des ZDF, 2020